Happy Birthday Zagar Kurma. Happy Birthday Mokul Hussein. Happy Birthday Avijit Bakl. Happy Birthday Kanus Herre Fonda. Happy Birthday Ikutul Haik. Happy Birthday Michael Wawam Wawah. Und ich spiele heute mal wieder Free Fire Max VR Ranked, solange ich es noch kann. Viel Spaß. Okay, dann würde ich mal sagen, es geht los in Maxterra. Und springen wir hier erstmal runter. Ich habe übrigens eine Quest. Ich muss mit der Schrotflinte 23 Kills machen. Mit der Schrotflinte M1887. Ob in der Farm so eine Schrotflinte ist, weiß. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe es natürlich. Ich bin mal ein Kurser. Eine Schrotflinte. Hier. Ich muss es Ich schrott Ich schrott Hmm. Genau, fuck. Wie weit ist das hier noch hoch? Sieht bislang schlecht aus mit der Schrotflinte. Die Schrotflinte. Schauen was da drinnen war. Auch kein Schrotflinte. Ärgerlich, ärgerlich. Schrotflinte. 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 wir haben immer noch das problem mit der quest und zwar mit der quest 23 kills sportteil da oben bestimmt da sind aber viele waffen und ich habe noch eine andere quest da müsste ich hier ist blau da könnte auch drin sein naja egal auf jeden fall die quest 23 kills mit der schrothflinte und eine quest 15 das aber gleich war erst mal eine waffe ohne waffe bräuchte gar kein nicht wo ist schrothflinte falsche Ich glaube ich gehe mal zum Shop. Vielleicht gibt es ja eine Schrotflinte, nicht eines oder? Dann rennen wir erstmal in den Pilz. Der war hier irgendwo ein Kaiser. Ah, schon wieder der Falscher. Soviel 1873. Leider nicht. Das Schwierige ist ja immer erstmal dies. So sehen. Okay. So. 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 Das war's für heute. 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 Okay. 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 Unstoppable! Ich bin dran zu spüren. Ah! Rampage! Ich bin dran zu spüren. Ich bin dran zu spüren. Nein! Aber noch kein Schrorenflimter. Upsa. Oh, okay. Okay, komm, da sind wir. Oh Okay, dann haben wir hier diese, ich finde einfach nicht die Waffe, so Nope Oh Ich Ich Oh ne Auch ne Auch Egal Gibt's doch nicht Nur am suchen gewesen, die ganze Zeit Ich hab die Waffe nicht gefunden Ich hab 2 gewonnen, keine Waffe gefunden und 2 PC gegessen Also bis ich die beiden Quest fertig hab, dauert das noch ne Ewigkeit Genau Gut Dann Sage ich mal Dankeschön für die Zuschauer Ich würde mich freuen, wenn auch nichts weiter ihr seid Bis dahin ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Adios Amigos